Ihr lichtvollen Seelen, da brennt jetzt eine Kerze am Fenster der Fülle. Und ich zeige euch, wo eure Kerzen noch so brennen. Hier am Fenster Israel der Liebe. Hier auch, schau den Frieden, den weißen Strahl. Und hier, hier brennt eine Kerze am Fenster der Seele, wo es noch etwas zu erledigen gibt, mit Menschenseelen von der anderen Seite. Und hier das Fenster der Heilung. Das ist für die Heilung und das ist für die tiefste Seelenheilung. Und hier das Fenster des göttlichen Schutzes. Wo auch immer eure Kerzen brennen, werden sie hingestellt, weil Gott mich an dieses Fenster führt. Und das ist das Fenster von Gott, Mutter. Und das ist die Dimensionsportalwand. Seid gesegnet mit dem Licht der Seele. Maria Ja. . Ja. Ja. Ja.